Stichwort neue Kamera. Die RSL mitbekommen hat, Insta360, hat für den morgigen Dienstag, also den 27. Juni 2023, die Veröffentlichung der neuen Kamera angekündigt. Das Ganze wird gegen ca. 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit stattfinden. Und ich glaube, die Kamera stößt auf sehr viel Interesse. Und sei es einfach nur, weil jeder neugierig ist, was für eine Kamera ist denn das? Wie unterscheidet die sich von den bisherigen Insta-Kameras? Wie ist das Bedienkonzept? Was macht die Kamera einfach aus? Und daher habe ich mich entschlossen, um Rutschwaren mit Insta für morgen 16 Uhr an einen kleinen YouTube-Livestream abzuhalten, um euch die Kamera zu präsentieren, vorzustellen, zu zeigen, wie geht man mit der Kamera um? Und was unterscheidet die Kamera einfach von den bisherigen Kameras? Und das Ganze möchte ich kombinieren mit einer Frage-und-Antwort-Session. Also wenn ihr Fragen habt, die euch jetzt schon in den Sinn kommen, schreibt sie mir bitte in die Kommentare, sowohl beim Facebook-Beitrag als auch unter das YouTube-Video zu diesem Teaser. Und ich werde versuchen, darauf einzugehen, aber dann auch während des Streams eure Fragen zu beantworten. Von daher, ich denke, es wird eine spannende Sache. Bis morgen!